Bommel, Bommel. Dran? Ja. Ist auch noch so beschissenes Wetter bei euch. Das hier gewittert es jetzt richtig gerade. Oh, na hier nicht. Aber dafür ist grau und es ist vereinzelt mit Creeper-Explosionen zu rechnen. Geh weg. Oh, 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 aua! Ich lebe noch, keine Sorge. Ja, schade. Was? Was? Das Knacken im TS. Ja. Och. Der Kater wieder von links. Ist überall... Ne, da ist kein Licht. Oh! Scrantox, danke für den Follow. Deinen schönen guten Abend. Falls man es noch nicht gelesen gehört. Und auch sonst haben. Da, 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 da. Ah, da ist Scrantox und der schreibt, der ist gerade von Heika in unseren Chat gekommen und war selber auf der PS3-Minecraft und so. Wie geht's eigentlich zicklindisch nackenbein? Weiß ich nicht. Weiß du nicht. Weiß du nicht. Ich telefoniere dir nicht regelmäßig. Was? Der geht streifig, genau. Wie? Wie ist denn das? Also... Aufgrund der Erfahrungen mit ihr möchte ich jetzt nicht wissen, was für Streifen. Der Kackstreifen bestimmt nicht. Nein! Bei der doch nicht. Obwohl bei ihren Damenwind... Nein, lassen wir es. Was zum Teufel war das für ein Geräusch? Ich hatte gerade in der Höhle ein richtig fieses Geräusch. Okay. Was kann das sein? Klang so, als hätte ich einen Drachen aufgeweckt. Ach du Heilige. Ich habe schwarzen Granit gefunden. Der sieht auch gut aus. Oh, schwarzer Granit. Cool. Ist das ein Babyzombie oder was? Bäh! Och! Ich meinte mit Babyzombie nicht dich. Nein! Was denn? Wie kann ich helfen? Oh, ey, ey. Quack! Ist nicht immer alles mau, weiße. Oh! 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 Ich habe gesagt, oh schade. Achso. Oh! Klang wie macht nichts. Das sind diese Geräusch, äh Geräusch Samples, die du letztes Mal schon meintest. Da ist diese Höhle riesig. Fledermaus. Piep, piep. Da will jemand Mau-Maus spielen, jo. Der verliert aber immer. Und das ist ein schlechter Verlierer. Autsch! Alter. Toll, jetzt habe ich hier so ein paar Fahrungspopel um mich kreisen. Ich will hier raus, ich will hier raus, ich will hier raus. Wann kommt der denn her? Äh... Äh... Uah! Mann! Oh! Ein kleiner Zombie mit Krone. Ich muss mal langsam den Ausweg finden hier. Ich schlachte deinen Zombiehof ab. Ach so. Au! Au! Ich habe keinen Schimmer, wo ich bin. Ah... Nero legt sich auf den Schreibtisch nebenan. Den sind wir los. Hm. Ah, dann galt das Noob also dir, wenn du da die Klippe runter gesegelt bist. Nee, 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 nee. Aus der Nummer kommst du nicht raus. Das... Das muss... Warum sollte Mia hier... Also, hallo? Ne? Ja? Äh, nee. Nee? Nee? Nee, du. Äh... Apropos nicht rauskommen. Hilfe! Ich komme aus dieser Höhle nicht mehr raus. Boah. Dumm gelaufen. Ja, buff. Auf! Ich denke, der nimmt Wasser. Diese Sounds hier unten. Kannst du nicht mehr der Bergwach Bescheid sagen? Wir sollen mich hier raus holen. was der hiker wohl im fernsehen guckt eine wolfsdokumentation vielleicht mord im fahrradschlauch teil 1 was im fahrradschlauch mord im fahrradschlauch teil 1 kannst du das empfehlen worum geht es denn da was mal zusammen im fahrradschlauch und der gärtner war es der gärtner jetzt habe ich alles gespoilert der ist es ja immer ja stimmt das bräuchten filme gar nicht mehr gucken lasse harte garge ja ich soll kapuze auf steam etten und soll ich denn das so ja 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 moment ich kannte den noch nicht wen kannte sie noch nicht mord im fahrradschlauch ach so ja jetzt guck mal jetzt hast du kata den auch versaut ja auch man nadine echt ach weiß ja echt du kannst doch nicht einfach hier so ein stream kommen und die ganze handlung von mord im fahrradschlauch verraten das geht nicht klingt aber wirklich nach einem typischen artefilm klingt aber wirklich nach einem typischen artefilm ja ich hatte eine party da muss aber eine fette party gewesen sein sogar schon die die steine aus der wand bröckeln wir haben eine abschiedsparty aber du bist ja leider aus der höhle hallo ach der schwarze granit schwarzer granit oder fällt mir auch noch was ein das wollte ich mal ausprobieren wenn ich das jetzt nicht tue wird dir das coole nicht passieren aber ganz abgesehen davon ich kann es nicht tun weil ich nicht raus tappen kann und ich hätte auch nicht jeden auf steam was probierst du da aus äh äh nix mach das wieder richtig warum weil die außenwände sonst irgendwann nicht mehr passen welche außenwände warum beschmeißt du mich mit stein die steinigt mich neiiiin aber wieso das passt doch ja ja ich muss nur äh oh oh ups oh äh lieber nicht sonst kekse ich mich nur wieder ruf äh ah ich glaube das war so an der schöne koppel den habe ich mit mit viel liebe dahinten gefarmt äh was wollte ich denn jetzt was ist das denn hier oh schwarzpulver 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 haben wir das irgendwo ähm nö ne ich glaube da hast du doch da ja doch wollte ich gerade sagen müssten wir eigentlich schon haben ich war mir jetzt nicht sicher ob du alles ähm schon dynamit umgewandelt hast und unterxerxes haus verteilt ja aber das können wir ja jetzt machen der kann ja eh nicht mehr mit zocken ja bis wir dann auch mal auf after human umgestiegen sind aber ähm hattest du das mal ausprobiert bleibt das äh bleibt die welt dann bestehen ja wenn ich vorher nen backup von der welt mache können wir die dann wieder einfügen und weiter nutzen ja gut dann dann lohnt sich das ja da eine sprengleitung hin zu bauen ja und dann bauen wir nur noch so einen knopf den kannst du auch von mir aus neben dir ins bett bauen und dann mit so einer riesigen redstone leitung einfach bis unters haus dann kannst du dich abends hinlegen einfach sagen oah gut nacht und dann puff auf den knopf hauen und dann sieht man im hintergrund nur diese riesige atomexplosion ich mach nicht alles kaputt wieso was 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 gegen alles auf den korbel losgegangen bist und ihn entführt hast der korbel ist mir ins gesicht geflogen ja ich hab hier niemanden entführt screntox bei dem gibbefehl musst du noch einen anderen ähm viewer namen mit hinter geben dann gibst du ihm credits wir brauchen dringend ähm mach das doch da mal wieder richtig aber warum warte mal das sieht doch schön aus ja das sieht äh hm das sieht schön aus manu was sind das da zieht das ja du bist verwundet mach nix erstmal essen richtig apropos was machen die kartoffeln wo sind die kartoffeln äh der gemeine kartoffeldieb hat wieder zugeschlagen hier ja 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 was war war über war Vielen Dank.